Hashtag Sonntag Ja ich drehe das heute Sonntag Ich drehe das für den 30.01.2017 Also morgen Montag Ja erstmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dein neuen Video auf meinem Kanal Ich habe euch da gesagt Hashtag Sonntag Weil es heute Sonntag ist Ich drehe das für den 30.01.2017 Also Bordeln Fangen wir an Hier Wir machen ein Tausendkreuz Ja was sollen wir heute machen Leute Was kann man machen Dann kann man schon wieder rumlausen Wer macht den Knopf Wer macht den Knopf Dann Dann rein mit ihm in die Kommentare Hashtag Max Guck Das gibt's hier noch nicht Ich sag nur Hashtag Max der Knopf Hier ist Max der Knopf Hashtag Kommels Dinamo Moskau Ding SZK Moskau Herr ist nicht so ein Stadtteubi Bei den Bayern Blattendobis Ich kenne mich nicht so mit der russischen Liga aus Guck Du hast du Drei 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 Nicht den Torhüpa! Wo ist es reichend? Nicht den Torhüpa! Kur'anis Du gehst nur die Schützmannen Und nicht alles Schützmannen Kur'anis 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 Alles Kur'anis Der Ball ist im Torhüpa! Der Ball ist im Torhüpa! Der Ball ist im Torhüpa! Keine Frage! Das muss Abschluss geben! Wie ist es? Vielen Dank Söpfer! Ja, vorbei! Die Möglichkeit! Es gibt keinen Abschluss! Das war so gut aus! Und der Abwehrspieler blockt den Ball ab! Haul, der Torhüpa! Oh, das war mutig! Wie sich der Abwehrspieler da einen diesen Schuss wirft! Ich bin echt mit dem Torhüpa! Ich bin echt mit dem Torhüpa! Ja, und hier die klare Entscheidung! Oh! 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 Jürgen... Nein, das geht. Da wirft er sich dazwischen. Jürgen... Ja, klasse, wie der Abwälschspieler da nicht gespielt hat. Den Ball noch abfälscht. Und der Fassel am Sinai ist vorbei an kein Chor. Ein guter Spieler, nichts zu nol, aber da raus wird nichts mehr. Dann passt er wieder, die haben wieder ausgesprochen. Oh, jetzt läuft er die Seite liegen, die kann nicht gehen. Oh, da ist er denn auch, da war los, da ist er nicht gut, das ist ein bisschen viel Zeitraum. Ja, der kann heute ja die ganze Abwehr allein schwindelig spielen, aber als Trainer muss man das auch einfach mal zu lassen. Das ist der Eigen-Sinn, der hier benutzt. Das war ein Klassiker, aber so können wir das von ihm aus Federn an das Spiel brauchen. Nee, nee, der geht nicht in den Voraus, in den Voraus. Ja, der geht nicht in den Voraus, in den Voraus. Ja, der geht nicht in den Voraus, in den Voraus. Ja, der geht nicht in den Voraus, in den Voraus. Ja, lassen Sie mal einen Blick auf den Torwart, die Zuschauer sieht man auch nicht alle Tage. Ja, und der Torwart hier mit einem Solo, wo will der denn hin? Ja. 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 Aber es wird mehr als Thiago. Nein, es hat nichts für mich. Vielleicht ein Bayern-Spieler oder so. Aber es gibt ja auch noch. Ich will nur Thiago nutzen. Thiago. Nidale geht auch noch. Nidale ist auch super gut. Libby Bowski. Mein lieber ein Goalski. Goal. Ja, was soll man machen? Xavier Alonso. Alles gut. Nein, nein. Wo ist Thiago? Thiago. Okay. Du guckst hier jetzt. Nidale geht nicht. Es ist ja kein Goalski. Ja. Wir sind schon Goalski. Ja. Okay. Der hat nicht geklappt. Klappt. Und der auch. Max geklappt. Max geklappt. Max geklappt. Max geklappt. Ich glaube, er schreibt uns wieder. Er schreibt wieder in die Kommentare. Hör auf zu singen. Max. Der ist ja gar nicht gut. Der war nicht Max. Nein, natürlich. Der singen ist nicht gut. Doch. wobei die ball ist alles ich hab nicht mein geld von dem wobei die wobei die wobei die wobei die